Der folgende Podcast auf Hallo Meinung ist ein Gastbeitrag von Bianca. Wir möchten Sie bitten, unsere Arbeit zu unterstützen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Begleittext. Herzlichen Dank. Das muss mal gesagt werden. Ein Beitrag von Bianca. Ihr seid zu weich zu Einwanderern und zu hart zu unserem Volk. Ihr habt die Lebenshaltungskosten so hoch getrieben, dass beide Elternteile arbeiten müssen, anstatt Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Den Eltern wurde in den letzten Jahren stets gesagt, nein, man kann seine Kinder nicht bestrafen. Nun, ihr werdet ernten, was ihr seht. Und wir haben eine ganze Generation in unhöfliche, egoistische, respektlose Rotzer verwandelt, die keinen Respekt vor dem Volk, seinem Eigentum und so weiter haben. Ihr lasst unsere Rentner obdachlos und hungrig werden, aber gebt Millionen für ausländische Hilfen aus. Man entzieht dem Menschen das Wohl, nimmt in Kauf, dass sie verzweifeln, dass sie nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll und Selbstmord begehen. Man beugt sich nach hinten, um politisch korrekt zu sein. Zu viel Angst, um zu sagen, genug ist genug. Ihr beschreibt die Realität mit Lügen. Harte Arbeit wird mit gigantischen Steuern belohnt. Klima ist das meistgenutzte Wort, um uns einzuschränken, uns das Geld aus den Taschen zu ziehen und uns zu zwingen, unsere Lebensweise an ihre Standards anzupassen. Menschen sind auf Almosen und Lebensmittelspäden angewiesen, während sie anderen helfen. Man erhöht das Rentenalter, damit die Leute arbeiten müssen, bis sie tot umfallen. Unsere Rentnergeneration rechnet mit der Rente, auf die sie Anspruch hat und wofür sie ein Leben lang gearbeitet hat. Nein, sie muss im hohen Alter, was eigentlich gar nicht geht, arbeiten gehen, bis 70 und darüber hinaus. Die heutige Rente ist ein Almosen, das sie erhalten. Das ist der Dank für ihre jahrelange harte Arbeit. Diese Fälle und Zustände müssen sich grundlegend und dringend ändern. Stoppt die Hexenjagd nach unserem Volk, gebt Hilfe und Unterstützung für alle Steuerzahler, damit Deutschland für den normalen, einfachen Bürger wieder lebenswert und sicher wird. So wie es einmal war. Ein Beitrag von Bianca. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, fürs Teilen unserer Beiträge und für Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Zuhören, Vielen Dank.